Musik Die Sicherheit im Islabella-Tunnel soll weiter erhöht werden. Das Bundesamt für Strassen-Astra will darum eine Sicherheitsstolle parallel zur bestehenden Tunnelröhre bauen. Die Heimkuh hat für die Projektierung der Gelände verlauft, Kunstbauten wie die Rotor und die Mauer und die Strasseninfrastruktur vermessen und aufgenommen. Daraus entstanden ist ein digitales Gelände-Modell, das jetzt als Projektierungsgrundlage für den planten Sicherheitsstoller dient. Musik 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 Musik